Hallo und herzlich willkommen zur Leuchtmasse, dem Uhren-Podcast mit Ralf, Uhren sammeln mit Sinn und ohne Verstand. Heute geht es um neue Uhren. Wunderschön. Und zwar vor der Watches und Wonders haben wir jetzt dieses Jahr noch eine Menge schöne Uhren-Releases. Das machen ja viele Uhrenmarken so, die nutzen die Zeit, an denen keine großen Ankündigungen gemacht werden, um dann halt selber ihre großen Ankündigungen zu machen, damit nicht alles zusammengeklöppelt wird in einem großen Mischmasch und man relativ wenig Aufmerksamkeit bekommt von der Presse oder von den YouTubern oder den Bloggern oder den Podcastern, so wie ich einer bin. Und deswegen machen die das also in dieser Zeit, wo sie versuchen, eine Zeitspanne zu finden und einen kleinen Moment, wo halt ansonsten Ruhe in der Uhrenwelt ist und dann bekommt man halt die gesamte Aufmerksamkeit. Sehr schön. Und da haben wir ein paar tolle Uhren gesehen und die haben auch so einiges an Aufmerksamkeit bekommen. Ich fange mal mit den japanischen Uhren an, mit Seiko. Ich bin ein großer Fan von Seiko und Grand Seiko und Citizen, aber Kuro no Tokyo natürlich auch und Hajime Hasuka. Aber das ist jetzt alles nebensächlich. Es geht heute nur um Seiko und zwar haben die eine neue Taucheruhrenreihe, also neu aufgelegt. Es ist eine Neuauflage der Neuauflage. Man hat deren 1965er Taucheruhren im Jahre 2020, also vor vier Jahren, hat man die neu aufgelegt. Mit den SPB 143, 147, 149 und so weiter und so weiter. Da gibt es noch ein paar Sondereditionen und so weiter. Mit verschiedenen Blättern, mit verschiedenen Lünetten und so weiter. Sehr, sehr schöne Uhren. Tolle Verarbeitung. Ich hatte selber zwei davon, die SPB 147, 149 und ich fand die Uhr wahnsinnig toll. Ich habe die nur verkauft, weil ich genug andere Taucheruhren habe und derzeit ja versuche, meine Sammlung ein bisschen zusammen zu stauchen, ein bisschen zu konsolidieren und deswegen habe ich ja einfach mal gesagt, okay, die beiden müssen jetzt leider mal gehen. Gott sei Dank, denn jetzt habe ich da ja wieder was im Auge. Denn diese Neuauflage, dieser 65MAS oder 65MAS sind sehr, sehr schön. Man hat also da einige Detailverbesserungen gemacht. Eine Detailverbesserung zum Beispiel ist, dass man jetzt die Wasserdichtigkeit auf 300 Meter erhöht hat. Es steht auf beiden, auf dem alten Modell und dem neuen Modell steht Divers 200 Meter oder Divers 300 Meter auf dem Ziffernblatt. Und wenn man das auf das Ziffernblatt druckt, muss man den ISO, also der ISO-Norm oder der deutschen Industrienorm entsprechen mit der Wasserdichtigkeit. Das bedeutet zum Beispiel, dass man mehr als diese Wasserdichtigkeit testet. Also es ist nicht so wie zum Beispiel bei den normalen Uhren, wo man sagt, wasserresistent bis 30 Meter und wo dann halt generell gesagt wird, okay, geht damit nicht schwimmen, sondern da kannst du dir mit die Hände waschen oder durch den Regen gehen. Aber ansonsten ist die Uhr jetzt nicht wahnsinnig wasserdicht. Also diese 30 Meter Wasserdichte ist, oh, das ist nicht viel. Das ist lieber mal nicht mit ins Wasser gehen. Bei Taucheruhren ist das anders. Wenn da steht 300 Meter, dann bedeutet das auch 300 Meter oder es bedeutet eigentlich sogar 300, ich glaube 20 Prozent mehr oder sowas muss man da noch testen, also 360 Meter. Die sind also wirklich auf diese Wassertiefen getestet. Und das mal dahingestellt, ist nochmal ein ganz anderes Thema über diese verschiedenen Wasserdichtigkeiten und was es bedeutet, wenn man eine Taucheruhr auf dem Ziffernblatt steht. Das ist nochmal eine andere Sache, weil diese Taucherspezifikationen anders sind als die normalen Wasserdichtigkeitsspezifikationen. Warum auch immer. Alles ist kompliziert in der Uhrenwelt. Auf jeden Fall hat man sich das jetzt überlegt, dass man die Uhren, obwohl man sie verkleinert hat, nochmal wasserdichter macht. Und das finde ich schön. Man hat also da das leicht dünner gemacht. 0,2 Millimeter ist das Gehäuse dünner. Es hat ein 1,2 Millimeter kürzere Lack-to-Lack-Weite. Das heißt also zwischen den Bandanschlüssen ist jetzt ein bisschen weniger Platz. Das heißt, es ist kleiner geworden und ist nochmal einen halben Millimeter dünner geworden. Also um das jetzt nochmal genau zu sagen, das sind jetzt alle 40 Millimeter dick, 13 Millimeter, sorry, 40 Millimeter Durchmesser, 13 Millimeter dick und 46,4 Millimeter von Lack-to-Lack. Das heißt also, da hat man es etwas kleiner gemacht. Man hat es ein bisschen, ich glaube, die Lünette ein bisschen breiter gemacht. Das Saphir-Glas sieht ein bisschen mehr gewölbt aus. Super schöne Detailverbesserung. Ich glaube, man hat die Indizes ein bisschen größer gemacht, die Zeiger ein bisschen größer und man hat das Datum verlegt. Und das ist auch eine dieser Voraussetzungen. Es müssen anscheinend mit einer neuen Taucherregulation, dem ESO-Standard, muss man jetzt, glaube ich, dass alle Indizes müssen, müssen also Leuchtmasse haben. Leuchtmasse ist ja der Titel meines Podcasts. Yay, Leuchtmasse. Und da hat die ESO, die ESO-Standardisierung, ESO steht ja für International Standard of, oder irgendwie Standardization Organization, bla bla bla. Standardization, International Standardization Organization, glaube ich, heißt das. Und die haben das so festgelegt, dass man auf allen Indizes Leuchtmasse haben muss. Und die ersten Versionen der alten Uhren hatten das nicht. Ich hatte so eine, die hatte neben dem Datum auf drei Uhr keine Leuchtmasse. Dann hat man das in einem leisen Update, im Silent Upgrade, während der Produktionszeit hat man das nachgeliefert und hat dann also neue Ziffernblätter ausgeliefert, die noch einen kleinen Punkt Leuchtmasse daneben hatten, neben dem Datum. Es sah also relativ ausgewogen und gut balanciert aus. Trotzdem hat man jetzt sich überlegt, dass man sagt, nein, wir machen jetzt alle Indizes gleich groß und geschwägen müssen wir das Datum verlegen. Ja, leider musste man das Datum oder hat man das Datum auf zwischen vier und fünf Uhr, also vier Uhr dreißig verlegt. Ja. Und zwar mit einem runden Ausschnitt aus dem Display, aus dem Ziffernblatt. Warum sage ich die ganze Zeit Display? Aus dem Ziffernblatt. Und das ist das, ich würde mal sagen, das scheidet die Geister bei dieser Uhr, weil so der runde Datumsausschnitt aus dem Ziffernblatt kann immer ein bisschen, sieht ein bisschen billig aus manchmal, wie so eine AliExpress-Uhr, aber es ist nicht verkehrt, denn man hat auch was anderes gemacht und zwar hat man jetzt endlich all die ganzen Datumsscheiben oder die Datumsscheiben sind alle in schwarz gehalten. Das heißt also auch bei dem blauen Blatt, bei dem dunkelgrauen und bei dem schwarzen Blatt sieht das alles super aus, wenn das halt einen dunklen Hintergrund hat. Das bedeutet, das Datum drängt sich nicht wirklich in den Vordergrund. Es ist da, wenn man es braucht, aber es ist fast unsichtbar, wenn man es wirklich nicht braucht. Also man kann es leicht ignorieren, sagen wir es mal so. Also für Datumsfeldhasser gar nicht so schlimm. Es ist relativ aus dem Weg, wenn man es nicht sehen will, braucht man es nicht sehen. Wenn man es braucht, ist es da. Andernfalls finde ich diese Uhren schön. Die haben keinen Kronenschutz. Natürlich eine eingeschraubte Krone, einschraubbare Krone. Die sind wirklich sehr resistent gefertigt. Die haben noch so ein extra Diretech Shielding, also so eine Art Überzug, einen Schutz, ein besonderes Metallhärtung, die man da aufgeführt hat. Also ich habe es mit meinen beiden Uhren nicht geschafft, die wirklich zu verkratzen in irgendeinem signifikanten Weg. Das heißt, das ist schon ganz gut. Das macht Seco super. Die haben also so noch einen extra Überzug oder eine bestimmte Oberflächenbehandlung, die man da durchgeführt hat, damit man also dann noch den Stahl ein bisschen härtet dort. Natürlich ist das nicht unkratzbar, unzerkratzbar, aber es ist schon ganz ordentlich mehr von der Härte, die man dort hat, als mit normalen, unbehandelten Uhren. Also schicke Uhr, die ich sehr schön finde. Jetzt haben wir die SPB 453 in schwarz, die SPB 451 in blau und die hat auch eine blaue Linette und ein blaues Ziffernblatt mit einem tollen Sonnenschliff dran. Wunderschöne Uhr. Die blaue finde ich die schönste oder die schwarze. Und dann gibt es eine Spezialedition, die SPB 455 und die hat so ein etwas ganz dunkelgraues Ziffernblatt und auch mit Sunburst, also auch mit dem Sonnenschliff und dann halt noch diese Gold-Akzente auf der Linette und den Indizes und dem Zeigern. Sehr, sehr schick, diese drei Modelle. Sind marginal teurer geworden. 100 Dollar kosten die jetzt mehr als die alten. Das sollte also relativ leicht zu verkraften sein. Man hat ein neues Uhrwerk reingepackt und zwar ist das jetzt das 6R55 anstelle das 6R35. Dafür bekommen wir zwei Stunden mehr Gangreserve. Das hat man jetzt von 70 auf 72 Stunden erhöht. Andernfalls weiß ich nicht, was es sonst noch sich geändert hat an diesem Uhrwerk außer der Gangreserve. Leider weiß ich da nichts mehr, nicht mehr Details zu diesem Update vom Uhrwerk selber. Ja, das sind also jetzt diese Uhren. Ich finde die sehr, sehr schön. Kommen leider erst im Juni auf den Markt, aber man hat sie heute, die ist jetzt schon angekündigt. Also das ist schön. Dankeschön, Seiko. Müssen wir noch ein bisschen darauf warten. Aber ich glaube, es ist es wert, auf diese Uhren zu warten. Die tragen sich super schön, wenn ihr eine Black Bay 39 mögt oder eine Submariner oder eine Pelagos 39 oder sowas, dann ist die Uhr genau in dem gleichen Wheelhouse. Die ist genau da so drin. Das ist super schön, viel, viel günstiger und absolut hochqualitativ. Ja, Ganggenauigkeit darf man natürlich jetzt bei Seiko nicht ganz so erwarten. Meine liefen ganz gut, so um die 10 Sekunden am Tag schnell. Die andere so um die 7 Sekunden am Tag schnell. Kann ich mit leben. Ist nicht verkehrt. Ist nicht super, aber auch nicht schlecht. Ja, das dazu. Dann hat Seiko noch was nachgelegt. Und zwar hat man jetzt so ein bisschen in der Pressage-Linie. In der Reihe haben wir so ein paar Uhren, die so ein bisschen auch so Grand Seiko-Stil haben. Wo man so ein bisschen auch schon mal die ganzen, diese Grand Seiko, den ganzen Grand Seiko-Vibe quasi bekommt. Also das ist schon sehr nett. Gleiches Uhrwerk wie auch bei der 665 Mars. Der neuen Version hat man hier in der, und was heißen, wie heißen die? SPB 463 oder Shiroiro. Die SPB 465 oder Aragaki. Und die SPB 467 Sumiro. Das sind die Namen. Die erste, Shiroiro, hat ein Off-White, also das heißt ein beiges Ziffernblatt. Und das hat so eine tolle Textur. Und diese Textur ist anscheinend von Textilien, die man in Japan benutzt. Bestimmten Kleidungsstücken. Also wir haben eine in Beige. Dann haben wir eine in einem, ich sage mal fast Lachsfarben. Ich sage hier gebleichtes Persimon. Was auch immer das für eine Farbe sein mag. Und dann haben wir dann die letzte Sumiroiro. Das ist die, also so ein ganz graues, dunkelgrau, schwarz, dunkelgrau, schwarz, das Seiko also sagt, wurde traditionell von München getragen, diese Farbe. Nun gut, das mag jetzt so sein. Wir bekommen dazu ein schönes Band mit sieben Links, also mit sieben Gliedern. Das sieht sehr aus wie ein Jubilie-Band von Rolex. Allerdings mit, anstelle von fünf Gliedern hat man hier sieben Glieder nebeneinander, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja, genau drei in der Mitte und dann, ja, fünf in der Mitte und zwei große an den Seiten. Das sieht sehr schick aus. So ein bisschen erinnert mich das an diese Reiskornbänder. Es ist aber keins. Es sieht ja mal so relativ ähnlich. Sehr schönes Band, das sich auch schön verjüngt. Das ist also auch ganz angenehm. Wie gesagt, das gleiche Kaliber drin, 6R55 mit 72 Stunden Gangreserve. Und was ich besonders schön daran finde, ist, man hat also da die Indizes, ein ausgestanztes Datum an der Drei-Uhr-Position, einen sogenannten Railroad-Tracker, also die Minuten am Rehaut. Und dann haben wir wunderschöne Alpha-Hände. Die Hände, also die Zeiger, sorry, Zeiger dieser Uhr sind wirklich schön, finde ich ganz toll. Ähm, geben der Uhr eine ordentliche Eleganz. Ist auch generell eine relativ flache Uhr. Also sie sieht flach aus. Sie ist nicht wirklich flach. Aber dadurch, dass man das Mittel, äh, das Mid-Case, also so dünn gehalten hat und dann halt hinten so eine Auswuchtung hat für das, für das Uhrwerk, ähm, und den, den, ähm, äh, wie heißt das, den Gehäuseboden. Äh, und dann halt auch den, den Sastasa-Saphir-Glas, das sich nach oben wölbt. Das sieht also, die Uhr sieht sehr viel schicker aus und sehr viel dünner aus, als sie eigentlich ist. Die ist eigentlich auch 13 Millimeter dick. Also genauso dick wie die, äh, 66 Maas. Und, hm, ja, also ich finde sie sehr, sehr schön. Hat eine Schmetterlingsschließe. Nicht so wie die anderen Uhren, äh, wie die, wie die Taucheruhren. Und wie gesagt, hat auch das superharte, ähm, den superharten Oberflächen, äh, Behandlung bekommen. Das heißt also, das ist, äh, nochmal kratzfester als normaler Stahl. 316er Stahl. Die, äh, die, die, sorry, die, nicht Accuracy, die, ähm, Ganggenauigkeit ist ebenso wie bei den anderen, bei den anderen Uhren. Also plus 25 bis minus 15 Sekunden. Das ist, was Seco garantiert. Ist natürlich relativ bescheiden. Ähm, aber in der Regel bekommt man Uhren, die ein bisschen besser, besser laufen als das. Ähm, wir haben eine, eine Frequenz von dreieinhalb, ähm, Hertz. Das heißt, es sind 21.600 Vibrationen pro Stunde. Ähm, also etwas geringer als die normalen Standard 28.800. Jo. So, das war's. Das ist jetzt, das sind die so. Ach ja, was sie, was sie kosten. 950 Dollar hat man da angegeben. Das heißt, äh, ist es ein sehr guter Preis, denke ich, für was man bekommt. Sehr schönes Gehäuse. Ähm, erinnert mich ein bisschen, ähm, kleines bisschen an die Datejust vom Seitenprofil. Ähm, ist aber generell absolut keine Datejust-Kopie. Also wirklich eine schöne, schöne Uhr. Ähm, ja, 950 Euro, äh, sorry, 950 Dollar, wahrscheinlich der gleiche Preis in Euro. Vielleicht ein bisschen mehr mit der Steuer. Weiß ich nicht. Auch im Juni kommt die Uhr raus. Sehr interessant, ähm, für eine Uhr in diesem Preissegment, denke ich, hat man da ganz gut zugeschlagen. Oder einen guten Wurf gelandet, sagen wir es mal lieber so. Ja, dann haben wir einen neuen Release von Rolex. Sagt er jetzt, was? Rolex? Davon habe ich ja gar nichts gehört. Ja, das haben sie auch nicht angekündigt, sondern die kam einfach nur raus. Das war ein sogenannter Silent Release. Also die wurde einfach nur so mal eben vorgestellt. Oder nicht wirklich vorgestellt, sondern die kam einfach auf den Markt als Leute in, bei den, bei der Oscar-Verleihung, die so getragen haben. Ähm, und zwar ist das eine rosé-goldene Uhr, die man auf den Markt gebracht hat. Eine rosé-goldene Uhr für die 2024, äh, Academy Awards. Und zwar ist es eine Day-Date. Äh, und die hat ein sogenanntes Ombre Slate Dial. Ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch heißt. Äh, Ombre Slate. Das ist also römische Ziffern, ähm, die auf, 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 nicht aufgestanzt, aufgeklebt sind oder aufgesteckt sind. Und, äh, wie gesagt, rosé-gold oder Everose, wie das, äh, bei Rolex ja heißt. Sehr schöne Uhr. Ähm, es ist so eine Art, ja, schwarz-graues Ziffernblatt. Sieht ein bisschen mit braun, aber es ist nicht wirklich braun. Äh, ist eine sehr, sehr schöne Uhr. Und wenn man sie in echt mal gesehen hat, hm, ich glaube schon, dass die wirklich, wirklich toll aussehen wird. Ja, ähm, das war's. Wir hatten ja vorher schon diese Uhr der, der Wiener Philharmoniker, die man auch auf den Markt gebracht hatte für einen besonderen Event. Ähm, kann man die bekommen? Kann man die kaufen? Wer weiß es? Ich weiß es nicht. Ich sollte es wissen. Ich habe ja einen Uhren-Podcast, weiß es aber trotzdem nicht. Ähm, ja, ja. Die Ziffernblatt-Farbe ändert. Und sofort sind die Leute ganz aus dem Häuschen und sind wieder ganz doll verliebt in die Omega Speedmaster. Gut, man hat jetzt nicht nur das, ähm, das, ähm, die Ziffernblatt-Farbe geändert. Da gibt's noch ein paar kleine andere Änderungen. Also, was hat man gemacht? Die Speedmaster hat jetzt ein weißes Ziffernblatt. Und zwar nur die Sapphire Sandwich, also die Saphir-Glas-Variante der Omega Speedmaster Moonwatch. Ähm, die gibt's in zwei Versionen. Es gibt die schwarze Version in, ähm, mit dem Hesalit-Kristall. Da heißt also mehr oder weniger Plexiglas. Und dem Saphir-Glas, ähm, mit dem auch transparenten Gehäuseboden. Die Hesalit-Version hat einen geschlossenen Häuseboden. Traditionell die wirklich richtige Moonwatch, die also wirklich auch, ähm, im Weltall war, hatte ein Hesalit-Kristall. Das macht man, weil dort dann halt die, ähm, der Saphir-Glas kann halt zersplittern. Und man, das, was man mit, äh, in der Schwerelosigkeit auf gar keinen Fall haben möchte, ist irgendwie Glassplitter, die durch die Gegend fliegen, dann ins, wirklich wortwörtlich ins Auge gehen können. Oder aber auch in die Atemwege kommen können, weil sie halt durch die, weil sie halt einfach durch die, durch die Luft fliegen in der Schwerelosigkeit. Deswegen versucht man dort, ähm, alles, was irgendwie zersplittern kann, die zum Beispiel auch Bleistifte werden dort nicht benutzt, weil die da auch mit die Spitzen können, dass sie da so leicht abbrechen und dann durch die Gegend fliegen, nicht gut. Man versucht also alles, was da so, äh, brüchig werden kann, zu verhindern. Und deswegen, ähm, hat man dort halt die Plexiglas-Variante genutzt, benutzt, eben, in, bei der Raumfahrt. Allerdings, Saphir-Glas ist sehr viel angenehmer auf der Erde, denn dort wollen wir, dass es schön aussieht und nicht verkratzt. Und es ist uns egal, wenn es zersplittert, denn es fällt ja auf den Boden. So oder so. Ja, haben wir Gott sei Dank unsere Schwerkraft hier. Oder leider, je nachdem, wie man das so sieht. Was hat die sonst noch anders? Außer das weiße, das weiße Ziffernblatt hat man, ähm, in dieser Uhr, äh, den roten Schriftzug, den ich sehr schön finde, war Omega. Ähm, die Speedmaster in Rot. Gut, dann hat man diese, ähm, die Indizes sind aufgetragen, die sind bei der, ähm, schwarzen Variante nur aufgemalt, die Indizes. Hier hat man die aufgetragen. Und zwar hat man diese aufgetragen in der, in der Weise, dass sie also unten da so ein bisschen über das, äh, über den Rand drüber stehen. Über den Rand des Displays. Das geht da, also, sorry, des Ziffernblatts. Ah, ich habe aber heute ein Problem mit dem. Ähm, und das Ziffernblatt geht so leicht runter und man sieht halt, wie die darüber stehen, quasi die Indizes. Ähm, das ist also so sehr interessant. Die hat man mit zwei Pins anscheinend fest befestigt. Und zwar nur ganz am Rand. Ähm, und nicht wie das normalerweise vorn und hinten, wie das normalerweise, äh, der Gang und Gäbe ist. Und ja, und diese Uhr hat das gleiche Armband, was auch die normale, neuen Versionen haben der Moonwatch. Sehr, sehr schönes Armband. Ähm, angenehm zu tragen, verjüngt sich super. Es ist wirklich schön. Ähm, man hat schwarze Indizes und schwarze Hände aufgetragen. Was sehr, sehr gut ist. Das ist, also, die Lesbarkeit ist absolut 1A. Ähm, was man sonst noch gemacht hat. Ah, ja, die Sekundenzeiger hat auch den roten, den rote Spitze, die ist auch rot, äh, gemalt. Das ist also auch sehr, sehr schön. Ich finde diese roten Akzente super. Ich finde, ich weiß, da sind einige Leute, die sagen, ah, ich hätte so lieber alles monochrom, also in schwarz und weiß. Ich fand's, ich finde es schön, dass man diese roten Akzente reingesetzt hat. Ich finde die cool. Die machen das wirklich sehr, sehr gut aussehen. Ähm, ja, was, was gibt's sonst noch zu sagen? Ja, das, 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 das Ziffernblatt ist lackiert. Das heißt, es ist nicht so ein mattes, mattes Schwarz, sondern es ist ein, ähm, es ist ein, ähm, ach sorry, was ich eben über die Indizes gesagt habe. Die Indizes, das, das Ziffernblatt geht nicht runter, es geht leicht nach oben. Ähm, die Ziffern, die, die Indizes sind auf der Seite am, am, zum Rand der, der, der Lünette angebracht und dann schweben die quasi so ein bisschen. Generell sieht alles so aus auf dieser Uhr, als wenn es schwebt. Der Text sieht aus, als wenn es schwebt. Es ist so ein bisschen wie ein Porzellaneffekt. Ähm, das, das Ziffernblatt hat elf verschiedene Lackschichten, um diesen Effekt zu bekommen. Äh, das wollte ich da, dazu, zu dem Ziffernblatt. Ziffernblatt noch sagen, ähm, ist wirklich schön, angeblich, leider habe ich es in echt noch nicht gesehen, aber ich habe ein paar Freunde in den USA und in den, in Großbritannien, die schon die Uhr, ähm, einer hat sie schon gekauft, der andere hat sie in der Hand, in der Hand gehalten und sagte, die sind wirklich super, super schön. Das, äh, das Ziffernblatt sieht in echt nochmal zehnmal besser aus, als auf irgendwelchen Fotos oder Videos. Also das muss man in, in Person gesehen haben. Es ist so ähnlich wie einige andere Ziffernblätter, die man sehr schwer beschreiben kann, die es auch auf Video nicht gut einfassen, äh, oder, äh, ja, einfangen kann, ähm, wie das halt in Wirklichkeit mit dem Licht spielt und wie man es halt eben in Person sehen kann. Also das ist, äh, eine sehr, sehr schöne Uhr. Anscheinend, ich meine, ist nicht die erste, wie gesagt, mit einem weißen Blatt. Wir hatten auch schon andere Uhren mit einem weißen Blatt. Wir hatten das Alaska-Projekt, wir hatten, äh, die verschiedenen Sondereditionen, die es da gab. Ähm, Omega hat jetzt gesagt, diese Uhr hat einen extrem hohen, eine extrem hohe Nachfrage anscheinend, was ich super finde, das, äh, braucht Omega ja mal wieder, eine Uhr mit einer super Nachfrage. Und, ähm, ja, finde ich, finde ich wunderbar. Gratulation zu Omega, super Wurf. Äh, die Uhr ist ein bisschen teurer geworden, 100 Euro, glaube ich, wird sie teurer sein als die schwarze Variante. Was allerdings mit den aufgetragenen Weißgold, äh, Indizes oder was weiß ich, äh, ich denke mal ist Weißgold oder Rhodium. Ich denke mal ist Weißgold. Ähm, oder nicht, wer auch immer. Keine Ahnung. Ähm, es ist auf jeden Fall wert. Man hat dieses lackierte Ziffernblatt und diese aufgetragenen Indizes. Ähm, das, denke ich, ist, ist, ist es wert. Die haben natürlich trotzdem, äh, Leuchtmasse drin, die Indizes. Das heißt also, die ist nicht nur, äh, man hat da auch in diese Indizes noch, in der Mitte ist noch Leuchtmasse drin. Im, hin, unterm Ziffernblatt tickt weiterhin das, äh, 3861, ähm, Uhrwerk. Das ist das manuelle Chronographenwerk von Omega mit der Master-Koaxial-Zertifizierung. Also, 0 bis 5, plus 5 Sekunden pro Tag Abweichung und all die ganzen anderen, ähm, Silizium. Hairspring und so weiter, antimagnetischen Eigenschaften und was weiß ich was alles. Ja, das ist alles dabei. Dem bleibt es so auch die gleiche, äh, 21.600 Vibrationen pro Stunde wie auch die Seco, die wir am Anfang besprochen haben, interessanterweise. Hat eine Gangreserve von 50 Stunden und ist nicht limitiert. Und wie gesagt, Omega hat schon bekannt gegeben, oder die Leute, die, die, die Konzessionäre haben schon gesagt, ja, die Nachfrage ist riesig. Ähm, aber Omega hat auch bekannt gegeben, gesagt, das ist nicht die neue Speedy. Sorry, nicht die neue Snoopy. Sorry, das ist natürlich eine neue Speedy, aber nicht die neue Snoopy. Ähm, die neue, also die Snoopy ist ja auch eingestellt. Oh Schreck, oh Schreck, die, ähm, äh, Speedmaster-Snoopy-Version. Sehr schade, dass sie eingestellt ist, ähm, aber, na gut, der hat einen guten Lauf, wie, zwei, drei Jahre, drei Jahre war sie auf dem Markt. Sollte natürlich dem Gebrauchtmarkt helfen, der wird jetzt wieder in die Höhe schießen. So sei es denn auch drum. Ähm, tolle Uhr. Allerdings, irgendwie habe ich mich ein bisschen satt gesehen an ihr, obwohl ich sie selber noch nicht, ähm, ja, selber nicht besessen habe. Aber ich habe sie mal bei Freunden gesehen. Ist schön, ist eine ganz, ganz tolle Uhr, aber, ja, ist okay. Eingestellt, sehr gut. Aber, wie gesagt, Omega hat gesagt, für diese Uhr, es wird nicht die neue Snoopy werden. Das heißt, man wird mit Hochdruck daran arbeiten, die zu produzieren und die Nachfrage zu settingen. Das ist keine limitierte Version. Auch, nein, nicht in der Produktion limitiert. Das heißt, man wird sie irgendwann dann auch ganz normal im Laden kaufen können, wie man derzeit halt auch die schwarze Version kaufen kann. Die ist ja relativ einfach verfügbar, Gott sei Dank. Und das ist ja auch mal eine schöne Erfahrung, wenn man eine Uhr kaufen kann, wenn man sie dann auch kaufen will, ohne zu warten. Ja, aber natürlich etwas teurer geworden. Man muss, die Speedmaster war ja so ein bisschen so immer der Geheimtipp, weil das eine enorm super Uhr war für einen relativ günstigen Preis für das, was man bekommen hat. Vor ein paar Jahren. Das hat sich in den letzten paar Jahren ja schon geändert. Man hat natürlich die Spezifikationen hochgehoben, man hat das tolle Uhrwerk jetzt dabei, auch neues Gehäuse, das Armband, alles ist besser geworden natürlich. Aber mit dem ist ja auch der Preis ordentlich in die Höhe gegangen. Und natürlich dadurch, dass man halt kaum mehr Rabatte bekommt. Ja, es ist schon ein bisschen teurer geworden, eine Speedmaster zu besitzen. Das ist nicht mehr so ganz so leicht zu verkraften. Aber na gut, wie gesagt, die Weiße, denke ich, ist es schon wert. Man sieht da schon, dass da sehr viel Liebe zum Detail aufgewandt worden ist. Ist eine schöne Uhr. Ja. So, in diesem Sinne war es das von heute. Das sind so die Neuigkeiten, die neuen Uhren, die ich jetzt mir mal so angeschaut habe in den letzten paar Tagen. Ich überlege derzeit bei mir selber. Ein Freund von mir verkauft gerade seine Oris. Was ist das? Oris. Ach, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ist das eine Big Crown? Ich glaube, es ist eine Big Crown, aber kein Pointerdate. Die, ich kann es mir nie merken bei Oris, die mit dem Okavango Rescue Gedöns, die Spezialedition, die auch so ein schönes Textjet-Dial hat, also mit dieser Textur drauf. Superschönes grünes Ziffernblatt. Superschöne Uhr verkauft. Ich finde sie einen sehr, sehr guten Preis. Ich überlege derzeit noch, ob ich die jetzt für meinen nächsten Afrika-Besuch mitnehmen soll und dann als meine offizielle Urlaub in Afrika-Uhr dann in Dienst nehmen soll. Ansonsten überlege ich, was ich sonst noch mitnehme nach Afrika. In der Regel gehe ich ja immer mit meiner alten Martin Baker von Bremont, mein Name hat den Baker 3 mit, hat eine GMT-Funktion. Das finde ich immer ganz gut, zu wissen, welche Uhrzeit es zu Hause ist. Und ansonsten, ja, das ist halt eine robuste Uhr, auch mit Oberflächenbehandlung sehr, sehr stark. Deswegen nehme ich die gerne zum Reisen mit. Ansonsten eine G-Shock für die Safaris. Ja, oder halt die Uhr, die ein bisschen Bezug zu Afrika hat, weil sie dann die Okavango Air Rescue in Botswana unterstützt hat mit dem ursprünglichen Einkaufspreis. Mal sehen, mal sehen, was ich da mache. Aber wie gesagt, das waren die tollen Uhren. Also eine neue, quasi ein Silent Release von Rolex, die tolle neue Omega mit dem weißen Blatt, über die ich ja auch mal eventuell mal sprechen musste. Die nächste Folge wird dann wieder eine Folge vom Uhrenstammtisch. Den gibt es dann wieder mit dem Marc und dem Oliver. Da hört also dort mal rein. Das wird in der nächsten Woche rauskommen. Die nehmen wir relativ zeitnah auf. Das heißt, die wird aufgenommen nur drei Tage, bevor sie live geht. Das heißt, hoffe ich, dass ich alles gut hinbekomme. Und ja, dann werdet ihr da wieder was vom Stammtisch hören. Also, in diesem Sinne hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wir hören uns bald wieder. Und bye, bye. Tschüss. 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 Tschüss.